Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Contemporary Brass Music. Mein Name ist Manuel Illicke und ich zeige euch heute, wie man auf der Trompete Kraft sparen kann, wie man ökonomisch spielen kann und wie man vielleicht auch Dinge hinkriegt, von denen man vorher gedacht hat, dass man noch nicht so weit ist oder dass sie noch zu schwer für einen sind. Wie man sich Dinge leicht übt. Der Titel heißt heute Kraft einteilen. Ich habe mir heute für klassische Trompeter jetzt die Stelle par excellence ausgesucht, vor der alle Bammel haben und die auch regelmäßig so richtig schön versemmelt wird. Ich war selbst mal klassischer Trompeter, deswegen nehme ich jetzt mal dieses Beispiel. Ich werde auch noch ein anderes Video machen, wo ich das an einem Big-Band-Beispiel näher erkläre. Aber heute ist die Durchführung vom Heiden-Konzert dran. Also erster Satz da, wo alle sich in die Hosen machen. Wir machen das heute mal so, wie ihr das zu Hause eigentlich auch machen solltet. Ihr seht, ich habe keine Trompete, sondern ich werde das heute mal nur über Sprache und über Gesang lösen und über eine auditive Vorstellung und über ein Üb-Konzept. So und jetzt geht es auch schon direkt los. Also ihr habt hier in der Screen-Ansicht die Durchführung vom Heiden-Konzert und es ist wichtig, dass wir uns immer nur kleine Passagen nehmen und die für sich erstmal verstehen und jede einzelne Passage uns super ökonomisch üben. Das heißt, auch wenn die Passage an sich leicht erscheint, trotzdem so üben, dass sie noch leichter wird. Weil das ist nämlich das, was uns hinterher, wenn wir die Kraft wirklich brauchen oder wenn wir die letzten zwei, drei Prozent brauchen, damit die Stelle gelingt, da holen wir uns die her. Die holen wir uns nicht unbedingt bei den schwierigen Stellen, sondern die holen wir uns in erster Linie bei den leichten Stellen, dass die noch leichter werden. Also ich gebe euch ein Beispiel. Hier erster Ton. So, nehmt ihr euch erstmal nur diese ersten drei Töne, bindet die, versucht die so ökonomisch wie möglich zu spielen. Ich versuche jetzt auch ein bisschen interpretatorische Dinge einfließen zu lassen, aber darauf werde ich mich jetzt nicht konzentrieren, sondern ich werde mich jetzt darauf konzentrieren, wie ihr die Stelle überhaupt erstmal hinbekommt. Natürlich braucht ihr Grundfähigkeiten dafür, das ist klar. Wenn ihr die Höhe an sich nicht habt, dann ist es unsinnig, sich damit zu beschäftigen. Da müsst ihr eine Stufe tiefer anfangen. Aber wenn ihr die Höhe habt, dann könnt ihr auf jeden Fall so üben, wie ich euch das jetzt zeige. Okay, wir gehen jetzt von der B-Trompete erstmal aus. Alles weitere würde jetzt den Rahmen sprengen. Also, erster Takt. Keine Kraft vergolden. Das reicht, wenn ihr hier Mezzo-Piano maximal Mezzo-Forte oder irgendwas so dazwischen einsetzt. Wir brauchen ja auch dynamischen dramaturgischen Aufbau. Die zweite Stelle hier. Auf dem A nicht zu viel geben. Das ist auf der Trompete schon der erste Ton, den man der Höhe zurechnen kann. Sparen, sodass ihr auch möglichst sparsam auf das B kommt. Auch hier Reduktion betreiben. Erstmal nur langsam gebunden spielen. Ihr erinnert euch. Langsam, wenig, oft. Ich habe schon mehrere Reduktionsvideos dazu gemacht. Also, das ist die erste Passage. Die können wir uns erstmal leicht üben. Dann. Auch hier einzeln üben. Das heißt, ich möchte eigentlich euch soweit bekommen, dass ihr von der auditiven Vorstellung her und auch auf der Trompete diese ersten acht Takte so spielt, als wären sie gar nicht da. Als würde euch das überhaupt nichts ausmachen, weil ihr braucht die Kraft später. Ich würde euch empfehlen, damit es leichter ist, auch von der Kraft her erstmal das gebunden zu machen. Also vier gebunden, vier gebunden. Historisch ist das auch okay. Die ganz harten und die ganz tollen unter euch können das auch anstoßen, aber das ist heute nicht mein Thema, weil das kostet noch mehr Kraft. Also erstmal die Luft fließen lassen. Nur gebunden spielen. Das ist die erste Passage hier von D bis zum hohen B. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Takte. Die ersten acht Takte. Ich würde mir erstmal nur die vornehmen, auswendig lernen, dass ihr die singen könnt, dass ihr die pfeifen könnt, dass ihr die so sparsam und so leise wie möglich anbieten könnt. Ohne, dass das euch Kraft kostet. Erst dann geht ihr zur nächsten Passage. So, jetzt kann man das historisch natürlich da, 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 da spielen. Ihr könnt es aber auch, auch wieder um Kraft zu sparen, anbinden. Da, 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 da. Wäre eine Möglichkeit. Ob ihr das dann später dann auch so macht, steht auf einem anderen Blatt. Mir geht es erstmal darum, dass ihr Kraft spart, dass ihr Ökonomie lernt, dass ihr die Luft fließen lasst. Und ihr könnt das natürlich auch musikalisch trotzdem mit einfließen lassen. Leise anfangen, sehr leise anfangen. Wir haben hier, ihr könnt hier bei der Durchführung bei fast jeder Passage mit Mikrodynamik arbeiten. Das heißt, ihr fangt leise an, geht zum Mezzo-Piano, geht zum Mezzo-Forte, geht wieder zurück, fangt dann wieder unten an. Auch hier, bei der Passage hier, ich markiere sie hier mal mit der Maus, bei dem E. Und dann, auch extrem leise anfangen. Ich mache es nochmal vor. Kleines Crescendo. Und dann aber beim A wieder wegnehmen. Auch hier wieder. Hier könnt ihr ein bisschen mehr geben auf den hohen Tönen. Dann aber wieder zurückgehen. Und das ist auch wieder eine Stelle. Eins, zwei, drei, vier Takte, fünf Takte. Erstmal nur die separat üben. Diese ersten 14, 15 Takte, die sollten erstmal laufen. Dass ihr euch da überhaupt keine Gedanken macht. Und die Angststelle, das hohe S, was dann jetzt gleich kommt, das würde ich erstmal auslagern. Rein psychologisch einfach erstmal weglassen. Also übt erstmal nur das, bis das funktioniert. Dann geht ihr an diese Stelle dran. Das sind zwei Takte, die auch erstmal für sich stehen. Die ihr auch separat super anbieten können solltet. Wo ihr euch erstmal überhaupt keine Gedanken macht. Die Stelle ist eigentlich ziemlich leicht, wenn man sie separat spielt. Weil sie halt mit Stufen arbeitet. Weil die hohen Töne dann auch leichter kommen. Das ist technisch gar nicht so schwierig, aber ich würde sie wirklich separat betrachten. Also, ich sing nochmal ab hier. Die Stelle, wie gesagt, erstmal separat. Richtig gut ökonomisch üben. Gebunden, pfeifen, singen. Natürlich langsam. Dann die separate Stelle, die vor dem Mond erst kommt. Auch hier würde ich der Leichtigkeit halber, um der Leichtigkeitswillen, erstmal vier gebunden nehmen. Die übt ihr separat. Ihr könnt auch die komplette Stelle, eine Oktave tiefer üben. Um sie flüssig zu üben. Um sie von der auditiven Vorstellung her besser in den Kopf zu bekommen. Eine klare Hörvorstellung von dem haben, was ihr machen wollt. Was ihr auch interpretatorisch machen wollt. Also ihr müsst euch da wirklich um jedes einzelne Detail kümmern. Denn jede Entscheidung, die ihr spontan trefft, wenn ihr die Jobs nicht habt, wenn ihr diesen Headroom nach oben nicht habt, dass es euch egal ist, ob das S kommt oder nicht, könnt ihr vorher ökonomisch üben. Das heißt, je ausgecheckter diese Stelle ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr noch Kraft habt, dass das S auch kommt, obwohl es vielleicht an der absoluten Kante eures Tonumfangs sich befindet. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Angststelle. Auch das erstmal eine Oktave tiefer üben. Auch das erstmal gebunden üben. Und was mir das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist, finde ich, wir reden hier von klassischer Trompete. Jetzt bin ich kein klassischer Trompeter mehr. Das muss ich dazu sagen. Aber ich habe das eine lange Zeit gemacht. Und der Hauptunterschied, oder einer der größten Unterschiede zwischen Jazz-Trompete und klassischer Trompete ist, dass die klassische Trompete in der Regel, das kann man glaube ich pauschal so sagen, viel leiser gespielt wird. Also die Dynamiken spielen eine andere Rolle, werden anders interpretiert. Und man kann die komplette Durchführung vom Heidenkonzert also wirklich in der unteren Dynamiksegment beginnen und aber auch komplett durchführen. Und wenn man dann die Spitzen ein bisschen nach oben geht, hin zum Pforte, dann wirkt das überhaupt erst. Nach meinem Geschmack. Also ich versuche es euch mal vorzusehen, so wie ich es spielen würde. Und da setze ich dann Pforte hin, wenn es geht. Wenn es nicht geht, ist aber auch nicht schlimm. Es reicht, wenn der Ton einfach geschmackvoll schön da ist und gespielt wird. Jetzt kann man natürlich hingehen, rein interpretatorisch, das ist dann die Königsklasse, und wirklich Agogik betreiben mit der Durchführung. Also das berühmte Timing-Gummiband. Das benutze ich im Jazz immer, wenn ich es erkläre. Aber in der Klassik ist es hier und da auch durchaus angebracht. Ich finde, das kann man zum Beispiel sehr schön mit diesem 16. Lauf machen. Ich singe es mal vor. Da darf man ein bisschen eilen. Man muss aber dann wieder zurücknehmen. Das ist aber dann schon wirklich sehr fortgeschritten. Mir ging es jetzt heute in diesem Video erstmal darum, euch grundlegende Techniken zu zeigen, wie ihr ohne Trompete und auch mit Trompete euch eine ganz glasklare Vorstellung davon macht, wie diese Stelle auszusehen hat, wie man die übt und welche Ansätze es gibt und auch mentale Tricks, dass diese Stelle eine Leichtigkeit bekommt. Sie darf keine Schwere bekommen. Bei Klassik sowieso nicht. Das ist alles Kanarienvogel. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass das Zeit braucht. Die Leute üben ja wirklich jahrelang am Heidenkonzert. Wenn ihr wirklich die Geduld habt und erst an eine öffentliche Aufführung geht oder an ein Vorspiel, wenn ihr das Ding so geübt habt, das heißt, wenn ihr eine gewisse Sicherheit habt, dass die Dinge auch kommen, dass ihr keine Panik bekommt oder dass ihr von der Aufgabe übermannt, überfordert werdet, während ihr das spielt, weil ihr einfach die Erfahrung gemacht habt, dass bestimmte Dinge noch nicht gehen oder immer wieder daneben gehen, dann seid ihr halt noch nicht so weit. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg, wie ihr euch ziemlich sicher, wenn ihr die Grundhöhe habt, das Heidenkonzert erschließen könnt. Und das ist überhaupt ein Mindset fürs Trompete spielen, bei schwierigen Stellen, bei Stellen, die besonders viel Kraft erfordern. Denn Kraft ist halt individuell interpretierbar. Die einen machen es wirklich über pure Kraft, die anderen machen es nur über Geschicklichkeit. Und ich bin im Zusammenhang mit Trompete, mit dem Wort Kraft immer ein bisschen vorsichtig, weil es ist letzten Endes ein Instrument, was über Geschicklichkeit funktioniert und über Ökonomie. Und wenn man den Luxus hat, darauf zu verzichten, darauf verzichten zu können, okay, dann ist es aber trotzdem dem allgemeinen Spielen nicht förderlich, auch geschmacklich nicht, weil man immer ein bisschen drüber ist. Und es ist auch eine individuelle Frage, eine Typfrage, wie man damit umgeht. So, ich dachte mir, weil es so schön ist, noch eine kleine Zusammenfassung. Hier habt ihr es nochmal schwarz auf weiß. Die meisten Sachen habe ich schon erwähnt, einige Dinge aber noch nicht. Und das möchte ich jetzt nochmal hervorheben. Und zwar das große Thema Atemzeichen. Ihr solltet wirklich euch genau überlegen, wo ihr atmet und auch dabei bleiben. Und zwar, bis sich eure Arte spielend so weit ökonomisiert hat, dass sich das unter Umständen ändert. Und dann müsst ihr die Atemzeichen wieder neu ausrichten. Es kann durchaus passieren, dass ihr irgendwann nicht mehr nach vier Tagen mehr atmen müsst, sondern erst nach sechs. Einfach, weil es besser ist. Oder, was man auch gerne macht, viele atmen dann gerne nochmal vor der Stelle vom hohen S. Manchmal ist das aber völlig kontraproduktiv, weil einfach noch genug Luft da ist. Und wenn man quasi sich, naja, so darauf einstellt, dass man ökonomisch spielen kann, muss man nicht zwingend nochmal neu atmen. Also das sind alles so Dinge, die reflektiert und bearbeitet werden müssen. Auch über eine längere Zeitraum, über ein paar Wochen. Also dieser ganze Prozess, der dauert sechs Wochen bis drei Monate. Das ist völlig normal. Und dann noch was zusätzliches. Ich habe hier geschrieben, Fahrt abstecken und imaginär umsetzen. Stelle in Echtzeit durchdenken. Das heißt, ihr versucht, die Situation, wenn ihr diese Durchführung spielt, euch so vorzustellen, als ob sie real wäre. Mit allem, was dazugehört. Ihr stellt euch vor, dass ihr einen trockenen Mund habt. Ihr stellt euch vor, dass ihr vielleicht hier ein bisschen verkrampft seid, dass dort was passiert, dass da jemand im Publikum hustet oder hier vielleicht jemand lacht. Das heißt, mögliche Dinge, die passieren können, vorwegnehmen, lernen, imaginär damit umzugehen. Und das bereitet euch vor. Das gibt euch auch wieder zusätzliche Kapazität. Das spart Kraft. Alles, was der Ökonomie, alles der Entkrampfung dient, alles, was der Lockerheit dient, ist willkommen. Und wenn ihr das dann alles geübt habt, dann steht ihr am Ende eines langen Arbeitsprozesses und seid dann im Flow. Das ist mal so viel hier zur inhaltlichen Zusammenfassung. Jetzt geht es weiter. Aber letzten Endes ist das, was ich euch heute gezeigt habe, eigentlich eine Blaupause dafür, wie man mit diesen Dingen diesen schwierigen Passagen, die sich an der Grenze des eigenen Könnens befinden, umgehen kann. Das ist ein Prinzip, das ist ein Mindset, so, dass man angstfrei auch hinterher Musik machen kann. Und darum geht es letzten Endes bei der ganzen Sache. Vielen Dank für heute. Wenn ihr mich unterstützen wollt, Patreon-Kanal, Link kommt jetzt eingeflogen, ist auch hier im YouTube-Video unten anhängig und natürlich mein CWM-Club. Ich habe euch heute mal einen Einblick gezeigt, wie ich unterrichte. Im Club gibt es natürlich da noch viel mehr, gibt es natürlich auch persönlichen Kontakt. Kommt vorbei, ich freue mich auf euch. Da gibt es noch die Q&A. In diesem Sinne, das war es für heute. Euer Manuel. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö. pub Bis zum nächsten Mal.